Der heutige Abverkauf war eigentlich längst überfällig und das meine ich ohne jede Häme oder irgendwie geartete Rechthaberei, aber es gibt eben Dinge, die gehen so lange gut, bis sie dann nicht mehr gut gehen und heute ging es nicht mehr gut. Auslöser des Abverkaufs waren zwei Dinge, die ich im Folgenden zeigen möchte. Wir haben hier zunächst mal The Donald, der gesagt hat, respektive die Trump-Administration, ein Dokument, das davon ausgeht, dass man jetzt eben Zölle gegen die EU einführen wird im Volumen von, in Anführungszeichen, nur 3,1 Milliarden Euro. Da sind Oliven dabei, solche Geschichten, das trifft die Franzosen und die Spanier vor allem. Aber es ist praktisch eine Reaktion auf ein Gerichtsurteil in Sachen Airbus. Da hat ja ein internationales Gericht geurteilt, dass die USA hier durchaus Gegenmaßnahmen ergreifen können. Das will die oder wollen die Amerikaner machen. Und dementsprechend ist so ein bisschen die Angst in den Markt gekommen. Okay, wir haben jetzt wieder eine eskalierende Handelskriegssituation. Wir haben eine Spirale von Zöllen und Gegenzöllen und das hat die Märkte zunächst mal so ein bisschen erschreckt. War aber alles noch nicht so schlicht, nicht so wirklich schlimm und schlimmer wurde es dann eben erst mit dieser Geschichte, die Sie hier sehen. Nämlich vor allem die California COVID-19 Cases. Die sind auf über 7.000 gestiegen. Gestern, sind ja die Zahlen von gestern, die immer hier gemeldet werden, mit einem Anstieg von 3,9 Prozent. Gestern waren wir nur bei 5.000 Fällen. Und wir hatten auch schon die Texas Hospitalizations plus 7,3 Prozent. Texas meldet am Nachmittag erstmal die Hospitalisierungen, also die Zahl derjenigen, die ins Krankenhaus kommen wegen Corona-Infizierungen. Und meldet dann so gegen halb neun abends deutscher Zeit die neuen Corona-Infektionen. Und wir haben eben hier auch in Florida jetzt deutliche Zunahmen wieder gesehen, 5,3 Prozent. Also es sind diese Problemstaaten tendenziell im Süden, respektive im Westen, die in den USA für Probleme sorgen. Was die Amerikaner durchaus auch beeindruckt ist, dass praktisch jetzt New York, zum Beispiel andere Staaten auch, zum Beispiel New Jersey oder Connecticut, die haben Quarantäne-Vorschriften erlassen für Leute, die aus bestimmten Bundesstaaten kommen, wie Arizona, wie Florida, wie Texas, wie South Carolina und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation, mit der die Aktienmärkte nicht so richtig gerechnet haben, nämlich, dass die Geschichte nochmal richtig schwierig wird. Wenn hier Quarantäne-Bestimmungen sind, dann hat das durchaus Auswirkungen auch auf Wirtschaft, auf Betriebe etc. Das wird wohl nicht ganz spurlos dann vorbeigehen. Und man hat ja diese V-Erholung schon gefeiert. Die kann aber nicht stattfinden oder wird nicht stattfinden, wenn wir nicht letztendlich hier ein deutliches Abflachen in den USA sehen. Und wir haben eben in den USA bisher keine Abflachung, anders als in vielen anderen Ländern Europas. Etwa, wo das ganze Problem ja schon scheinbar im Griff zu sein scheint. In den USA ist das nicht der Fall. Und das wird wiederum bedeuten, dass damit auch die Wahlchancen für Donald Trump wohl etwas geringer werden. Denn wenn die Wirtschaft sich nicht erholt und je länger diese Corona-Krise in den USA dauert, umso schwieriger dürfte es für St. Donald werden, hier die Wahlen auch zu gewinnen, weil die Wirtschaft dann nicht auf die Füße kommt. Dann muss natürlich wieder Stimulus nach Stimulus herkommen. Dann muss dieser Stimulus wieder erfolgen. Die Amerikaner leben momentan noch auf großen Fuße. Ich will in einer späteren Grafik zeigen, wieso das so ist. Denn es ist schlicht so, hier diese Grafik, dass 68% der Amerikaner, wie jetzt eine Studie der Universität Chicago gezeigt hat, dass 68% der Amerikaner durch diese Transferleistungen mehr Geld in der Tasche haben, als sie vorher verdient haben. Und viele Amerikaner haben ja nicht nur einen Job, sondern zwei oder sogar drei Jobs, die sie machen. Die sind also richtig hart am Arbeiten und sehen jetzt, es geht auch ohne, die Kohle kommt. Ja, das Ganze geht bis zum 31.07., dann endet diese Geschichte. Da muss also eine Anschlussregelung her. Und da drängt ein bisschen die Zeit, die die US-Demokraten dürften jetzt nicht so wahnsinnig viel Neigung haben, um diese Stimulus-Geschichten nochmal durchzuwinken vor den Wahlen im November. Gleichwohl sagen die Mehrheit der Amerikaner, knapp die Mehrheit der Amerikaner, sagt, naja, wenn jetzt die Corona-Zahlen wieder steigen, dann muss ein Lockdown verhängt werden. Da sind immerhin 51% dafür und nur 40% dagegen. Bei den Jüngeren, bei den Älteren 55 plus, sind es sogar 76%. Man kann also sagen, hier mit zunehmendem Alter sind die Amerikaner zunehmend gewillt, einen weiteren Lockdown nochmal in Kauf zu nehmen. Klar, die Alten sitzen eh mehr zu Hause und arbeiten eher nicht mehr. Dementsprechend ist möglicherweise da auch neben der Lebenserfahrung zu erklären, warum die hier für einen Lockdown sind, wenn die Zahlen nicht wirklich weiter runtergehen. Aber es ist nicht nur in den USA der südliche Teil, Florida, Texas etc., sondern es ist zum Beispiel auch Mexiko, das massiv ansteigende Zahlen hat. Also wir sehen, dass Südamerika, Mexiko, Mittelamerika und letztendlich, oder Mexiko ist glaube ich nicht mal Mittelamerika, sondern C zu Nordamerika, aber sei es drum, jedenfalls sehen wir eben auf dem amerikanischen Kontinent insgesamt eine sehr, sehr schwierige Situation in Sachen Coronavirus. Und wie gesagt, das ist eigentlich von den Aktienmärkten, dass diese V-Erholung längst eingepreist worden. Und jetzt ist praktisch diese Erholung wieder ein bisschen in Frage gestellt, um es vorsichtig zu formulieren. Und wir treffen gleichzeitig, nachdem die Aktienmärkte das eingepreist haben, auf eine technische Situation, die extrem angespannt ist. Wir haben hier zum Beispiel eben den Nasdaq, der 16% über seinen 200-Tages-Durchschnitt handelt, aber nur 45% der Nasdaq-Werte, also der Aktien, die in diesem Index enthalten sind, handeln über ihre 200-Tages-Linie, das heißt weniger als die Hälfte. Und das gab es nur einmal im September 2000, im Oktober 2000 einmal. Also es gibt zwei Fälle, wo das so war. Und auch damals ist es nicht so richtig gut gelaufen dann in der Folge. Jedenfalls ist das ein schlechtes Zeichen. Der Breath fehlt, die Marktbreite fehlt im Prinzip an der Nasdaq, obwohl der Index ja neue Allzeithochs gemacht hat. Hier sehen wir diese Allzeithochs bei gleichzeitig eben der höchsten Abweichung nach oben von dem 200-Tages-Durchschnitt seit 20 Jahren, also seit der Dotcom-Blase. Wir waren ganz, ganz kurz davor, heute diese Rekorde zu brechen. Wenn wir uns jetzt mal die Relation zwischen dem Nasdaq 100 und dem S&P 500 anschauen, dann sehen wir, dass diese Relation eben wie gesagt nur im Jahr 2000 einmal so krass war. Und heute pünktlich noch dann vor dem Abverkauf kamen Raufstufungen. Redbush etwa hat Amazon weiter angehoben. Goldman Sachs hat das Kursstil für Google angehoben. Also da wollen die Dickfische vielleicht nochmal ein bisschen ihre Aktien an den Mann bringen. Daher kommen solche Kaufempfehlungen natürlich nur im altruistisch möglichen Sinne. Man denkt an die Kunden und ansonsten nichts anderes. Für das Silicon Valley, für den Nasdaq damit, wird letztendlich ein Thema immer größer, nämlich der Visa-Bahn, den Donald Trump hier verhängen will. Und gerade das Silicon Valley, gerade der Tech-Bereich ist eben sehr stark angewiesen auf Zuzüge von ausländischen Talenten, wie zum Beispiel Sundar Pichai, der Google-CEO oder eben auch der Microsoft-CEO, CEO, so muss es richtig heißen, Satya Nadella, der Bekannter ist als Pichai. Jedenfalls, das sind Leute, die in Silicon Valley gekommen sind und die Programmierer, die aus verschiedenen Ländern kommen, die sind für das Silicon Valley sehr, sehr wichtig, sind für die amerikanische Tech-Industrie sehr wichtig. Und das Problem, das jetzt entsteht, ist, dass Trump damit ja eigentlich, oder Trump-Administration, 500.000 neue Stellen schaffen will und diese 500.000 Stellen werden nicht kommen, denn es sind nicht die Silicon Valley-Konzerne, die Leute entlassen, sondern es ist sozusagen die herkömmliche Ökonomie, sind die eher im nicht-digitalen Bereich tätigen Firmen, die hier Leute entlassen, das ist ein großes Thema. Wir sehen hier diese Abweichung, diese krasse Abweichung, größte Abweichung seit 1999, zwischen der Marktkapitalisierung des S&P 500 und eben der Gewinnsituation der Unternehmen im S&P 500. Und möglicherweise haben wir hier so eine Analogie jetzt derzeit zum Jahr 2009. Nach 2009 ging es ja deutlich nach oben und es ist nach wie vor möglich, dass die Wall Street nochmal neue Rekorde feiert, gar keine Frage. Aber möglicherweise sind wir jetzt in dieser Analogie 2009, wie Karl Quintanilla hier zeigt, indem wir möglicherweise eben hier diese Bewegung, die 2007 kam, nochmal nachvollziehen müssen, bevor wir dann vielleicht auf neue Allzeithoch steigen. Der lieben Fett sei Dank. Dank. Gleichwohl. Ein Faktor, der nicht wirklich unterstützend ist, sind die Buybacks. Hier sehen wir die klare, rückläufige Tendenz der Aktienrückkäufe im Jahr 2020. Das war noch 2019 anders. Das war im Jahr 2018 anders. Da hatten wir eine richtige Party in Sachen Buybacks, Aktienrückkäufe. Und die Aktienrückkäufe waren, das ist mehrfach schon gezeigt worden, der größte Treiber der Rally an den Aktienmärkten. Aber jetzt horten die Firmen Cash, die wollen sozusagen für die schwierigen Zeiten gewappnet sein, geben das Geld nicht aus und daher eben der Rückgang dieser Buybacks. Dann heute noch ein Faktor auch an den Märkten der IWF. Der gesagt hat, eine globale Kontraktion von 4,9 Prozent. Das ist schon eine Menge Holz. Man hat etwa auch Frankreich abgestuft, hat das Wachstum um 5,3 Prozent nach unten genommen. Das ist eine echte Größe. Und wir sehen hier abschließend noch in Sachen Europa, die Österreicher, unsere lieben Nachbarn, haben heute eine 100-jährige Anleihe zum zweiten Mal emittiert und haben hier einen sagenhaften Zins bezahlen müssen von 0,88 Prozent. Also man sieht, die Verzweiflung muss groß sein, wenn jemand eine 100-jährige Anleihe kauft und 0,88 Prozent dafür in Kauf nimmt. Und natürlich war diese Anleihe maßlos überzeichnet. Das heißt, es gab mehr Interessenten, die diese Anleihe kaufen wollten, als zur Verfügung gestellt wurde. Auch das ist ein Beispiel für die finanzielle Repression, mit der wir es derzeit zu tun haben. Was wir hier sehen, ist jetzt eine Erholung in den letzten Minuten. Etwa hier beim DAX, der wieder über der 12.100er Marke handelt. Aber gestern waren wir immerhin noch bei 12.600 Punkten. Hier das Ganze auf Verstundenbasis. Wir sind scheinbar aus diesem Aufwärtstrend zunächst nach oben rausgelaufen und dann scheinbar hier nach unten rausgelaufen. Die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Dann nur, falls ich es vergesse, zu erwähnen. Und ja, irgendwann werde ich meine Registrierung abschließen. Ich sehe immer wieder dann Kommentare. Das Einzige, was hier wirklich auffällig ist, dass ihr die Registrierung nicht abgeschlossen habt. Ich nutze hier diese Charts nur zu Vorführungszwecken eben. Sei es darum, jedenfalls sehen wir, dass hier diese Geschichte einmal nach oben geht, einmal nach unten geht, aber möglicherweise dieser Seitwärtstrend erstmal intakt ist. Wir haben den S&P 500 mit einem ähnlichen Muster. Hier haben wir klar eigentlich diese Top-Formation. Auch auf Stundenbasis 3.155. So in dieser Zone ist meistens finito. Und hier unten hatten wir die 3.080er und die 3.040er Zone. Da sind wir kurz drunter. Vielleicht auch ein Fehlausbruch auf der Unterseite. Muss man abwarten. Wir haben den Nasdaq 100, der hier ja dieses Allzeithoch gemacht hatte bei 10.300 und ein paar zerquetschten Punkten. Der Nasdaq 100 nämlich, wir haben den Euro-Dollar, der aktuell bei 1.1277 handelt. Wir haben Gold, das bei 1.766 ist. Und wir haben Crude Oil bei 38,47 Dollar. Und abschließend noch die wundersame Aktie von Wirecard mit dem nächsten Höhenflug nach unten bei 12,19 Euro. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, in der nächsten Woche so die Dinge eintreffen, geliefert werden, die ich hier brauche, dass ich dann wieder das alte Format anbieten kann. Fugmann also vor der Kamera. Für Masochisten sicherlich ein interessantes Format. Und jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend. Und sag euch Servus und Ciao.